Moin Leute, der Wex hier und willkommen zurück zum Let's Play von Outlast. Das Mic ist wieder ein bisschen weiter weg von mir, weil ich doch ein wenig übersteuert bin. Aber naja, ich schaue jetzt erstmal ein bisschen um. Überall Körperteile, Blut und... Auf jeden Fall kein schöner Anblick. Okay. What the fuck? Das sieht nicht gut aus. Okay, okay, okay. 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 Holy shit! Oh fuck, 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 fuck. Okay. Das ist auf jeden Fall Trager. Schön zu wissen. Oh shit! Weg hier, weg hier, weg hier. Raus, abhauen. Was? Ne Schlüsselkarte? Am Arsch. Oh fuck. Oh! Oh! Ach du Scheiße! Okay, Moment. Dann war das hier gerade Trager. Und... Äh... Naja, aber ich denke mal, das wird sich noch klären. Wenn nicht, dann klärt ihr mich einfach auf. Oh! Oh shit! Woher kommt der jetzt auf einmal? Oh crap! Er ist genau... Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Aber ich höre ihn. Wie kann er so schnell ins Geschoss über uns gehen? Moment. Sind wir noch auf derselben Ebene? Ist... Ist auch egal. Ist auch egal. Ich habe schon mal vergessen, wo wir eigentlich aus dem Lüffenschacht rausgegangen sind. Shut the fuck up! Natürlich hältst du nicht das Maul. Oh fuck! Oh oh, na wunderbar, na wunderbar. Hey, wie wär's? So lässt du mich einfach da durch? Ja? Nein? Scheiße. Na wunderbar. Ah, okay. Wir sind wieder hier. Woher kommen wir jetzt eigentlich nochmal? Ah, richtig. Wir sind immer noch auf derselben Ebene. Klasse. Verkleidet also, warum er da ist? Können wir da lang? Können wir auch lang, okay. Oh, die Toiletten. Können wir uns hier verstecken? Hm, wie machen wir das? Ich höre ihn nicht. Goddammit! Traeger! Oh, 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 da läuft er. Ach, der läuft hier! Im Ernst, der läuft einfach hier im Gang hin und her. Das ist unfair, ja? Wir müssen hier irgendeinen Patienten zum Schreiben bekommen. Damit er hier reinläuft und wieder rüber rennen können. Oh, du lebst! Na komm, sag irgendwas! Goddammit! Der ist der Einzige, der irgendwas sagt und damit Traeger unlockt. Wo ist er denn gerade? Nein! Oh, shit! Warum? Fuck! Oh, der ist schnell! Holy shit! Holy shit! Der ist einfach hier durch, gell? Oh, yeah! Das wird so hinhauen. Jawoll! Oh, fuck! Off! Okay. Äh, hätte ich nach rechts rissen? Glaub ich. Jawoll! Und durch die Luft geschacht. Irgendwann wird es noch hinterherklettern. Okay. Wir sind hier kommen. Vorerst mal. Wir sind immer auf derselben Ebene, die sowieso aussieht. In einem anderen Raum. Moment. Okay. Ich hatte gerade Angst. Auch wenn es gar nicht möglich ist. Naja. Wahrscheinlich wisst ihr, was ich meine. Wenn nicht, dann lasse ich euch einfach geraten. Oh, daraus regt... Wow! Heilige Scheiße! Das sieht echt gut aus. Ich habe nie so gut aus wie eine Regentropfen gesehen. Auch wenn die ein bisschen pixelig sind. Aber das sieht eigentlich echt... Das sieht echt genial aus. Okay. Zeigt mir irgendwas, was ich sehen will. Das Exit oder sowas. Bzw. der Exit. Mich mal zu verbessern. Oh, jawoll. Wenn wir schon... Oh, oh, oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Wie findet er mich immer? Moment. Oh, fuck. Wie komme ich hier raus? Oh, fuck. Okay. Wow. Das ist böse. Das ist richtig böse. Hat er die Tür komplett kaputt gemacht, oder? Oh, da steht er. Bye, bye. Oh, fuck. Ist er uns da? Natürlich. Aber vermisst er du. Oh, crap. Okay. Ja, da lag... Warum, weiß ich nicht. Oh, okay. Wir sind richtig. Wir sind richtig. Sehr gut. Oh. Nein. Scheiße. Scheiße. Okay, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Holy shit. Jawoll. Jawoll, jawoll, jawoll. Moment. Nein. Scheiße. Da lang. Oh. Nein, er tut's. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Bye, bye. Oh, shit. Das ist so gruselig. Oh. Wow. Wow. Okay. Oh, er ist da. Was ist denn? Ja, mach die Tür halt noch langsamer auf. Du siehst uns nicht. Oh, ich bin. Oh, shit! Okay, okay. Und? Ich weiß nicht. Oh, jawoll, jawoll! Jawoll! Haha! Bitch! Wow! 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 Äh... Oh, shit! Okay, jawoll! Ich raus mit dir! Aha! Ja! Au! Ne, hier hat der Aufzug aufgehört. Im Ernst? Können wir trotzdem raus? Ach, scheiße! Oh, ich hab das Gefühl, das hält nicht lang. Äh... Ach, nö! Scheiß Trager! Jetzt müssen wir nochmal eine Ebene runter. Na wunderbar. Jetzt können wir eben nicht mehr von ihm verfolgt werden. Und? Wenn alles gut läuft, dann ist das leicht genug. Wir sind gleich da. Na... Na... Wow! Teamwork! Teamplayer Award! Patrick... Pitreiner! Hm... Was sind wir? Wie dieser awesome geile... Screensaver. Oh, der Priester! Sieht immer so aus. Danke Gott, dass ihr überlebt. Ja. Ich dachte, dieser säkuläre Maniak würde dich aufhören, wie die anderen. Meet me outside. Wir sind jetzt nahe. Findet draußen Vater Martin. What the fuck? Okay. Na dann. Äh... Ja, links oder... Ich würd sagen, erst mal links. Da hat sich wohl jemand, äh, ein Bein und einen Arm gegrillt. Und das hat nicht aufgegessen. Okay. Hier scheint aber nichts mehr zu sein. Nope. Hier ist nichts mehr. Und mal diese Sounds. Okay. Boah, das hält mich so heftig an Fear. Und hier gibt's viel zu viele Spinnen, in denen wir uns verstecken können. Ich hab'n richtig ungutes Gefühl. Okay. Ja. Von Airdrager, Merk of Corp. .lu an P. Walsh, Merk of Corp. .s. .com. Betrefft Annapurna, Angestellte Nr. 531920. Sagatter, Mr. Walsh. Später akzeptieren Sie diese sofortige Kündigung von Krankenpfleger 531920. Okay. David Annapurna und behandeln Sie ihn fortan als Patient von Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank, Rick Drager, Merk of R&D. Moment. Ich muss das anderen Ausklang geben. Aha. Okay. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas gehört. Oh shit. Oh nein. Ich will da gar nicht le... Oh crap. Mir gefällt nicht, was ich hier sehe. Okay. Nice. Ne Batterie. Sonst noch irgendwas? Ähm... Nope. Oh fuck. Wenn die Patienten jetzt schon über sowas drüber springen können. Ach du Scheiße. Okay. Hier hat jemand eine Grillparty veranstaltet. Kommt sie ziemlich große. Ich glaube nicht. Vielen Dank.